hallo leute heute will ich euch etwas sagen ich habe jetzt ein bisschen geübt für morgen weil ich habe euch gesagt dass ich ab morgen test deutsch und jetzt kann ich euch dieses dings da was habe ich gelernt sagen so dass jetzt ich werde jetzt für ein buch ist mal da diese da da sie ist meine mama die freundin und jetzt sage ich euch ist sie weg ich glaube nicht nein ich will jetzt im fenster aber sie ist nicht weg egal egal dann bleibe ich einfach hier so und jetzt will ich euch das was ich habe gelernt sagen weil das habe ich auf einen zettel auch geschrieben aber ich kenne es ich kenne es nicht auf dieses aber ich habe es geschrieben ich habe jetzt ich habe es jetzt geschrieben und jetzt kann ich es jetzt und los geht's hallo ich präsentiere euch dieses buch dazu ja und die tafel legen wir so eine große plakat also ein großer eine rosane weil ich habe eine rosane plakat und ich glaube es wird bis dieser strich her bis dieser strich und ich glaube bis drei bis da dieser strich das ist das große plakat und dann sage ich warte noch einmal hallo ich präsentiere euch dieses buch und dieses buch hat geschrieben blablabla und dieses buch heißt bla 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 bolt und dann sage ich warte wir das noch einmal Ah ja, und jetzt, und dann, und warte, noch einmal, das ist das letzte Mal. Hallo, ich präsentiere euch dieses Buch her. Dieses Buch heißt Blablabla, dieses Buch hat geschrieben Blablabla. Und jetzt zeige ich euch, wer ist in diesem Plakat. Ich sage, das ist jemand, das ist jemand, die Namen, wie sie heißen, Blablabla. Und dann sage ich, jetzt lese ich etwas vom Buch. Und dann sage ich, ich bin fertig und dann bin ich fertig und dann einfach, ja. Und Gott sei Dank sind sie nicht hier, weil sie wohnen darauf, in diese Dings, in diese Fenster. Ja, sie wohnen dort und jetzt, ja, aber egal, wir reden jetzt nicht über das, wir reden auch etwas anderes. Und da unten diese Terrasse, oder das ist nicht Terrasse, aber das ist etwa so eine Blätte, oder wie es heißt, Terrasse, ja, blablabla. Da unten, warte, ich mach mal so, das ist ein großer Dings da und da, es war jetzt, die Grasen, sie waren so nach oben. Und jetzt haben sie jetzt nach links, nach rechts, nach oben, unten runtergefallen, weil da war regnet, da hatte geregnet. Und darum ist alles nass und da lässt darum, ist das so, aber egal. Und, ja, ich habe euch gesagt, diese, diese, so wie es heißt, diese, ähm, ich habe einen Rock. Warte, das ist nicht der Rock, das ist einfach etwas, aber das ist besser als eine Pyjama. Und das ist, das ist meins, was ich morgen in der, in der meine Klasse sagen werde, weil morgen haben wir das, habe ich das zehnmal erzählt oder so gesagt. Aber ich will auch etwas euch sagen, weil da, ähm, da, diese Terrasse, weil da unten gibt es auch eine Terrasse und da ist niemand. Schaut mal da, wartet, ich mach mal das, dass man da drinnen in der Fenster ist, so, da ist niemand, wie ich sehe. Ich kann es so ein bisschen besser. Da drinnen in dem Fenster ist niemand, Fenster, mal, ups, da drinnen in dem Fenster ist niemand. Da ist einfach ein Haus, aber da, dieser Haus ist von dort, dieser da, dieser Haus ist, kommt hier in der Fenster. Und da in dieser Terrasse ist niemand, darum ist das schmutzig, da in diesem, schau mal, da ist ein Vogel, diese Vogel oder sie, dort kommen, dort kommen urviele Vögel. Also, man, darum ist das so schmutzig und, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, weil da diese Terrasse, diese Terrasse hat eine Tür, oder? Diese Terrasse hat eine Tür von draußen, nicht das da von draußen, ich zeige euch mal. Und diese Tür ist rot, ist rot, alles ist rot in dieser Tür draußen, ne? Und, ähm, ich meinte, da, wir, meine, meine Mama und meine Papa haben hier eine Freundin, sie ist im vierten Stock, hier in diesem Appartement, aber im vierten Stock. Sie haben einen Hund und, ähm, wir, wir haben sie gefragt, was gibt es da drinnen, oder, ja? Ja, warum ist das, die Tür rot und eine andere Tür, so, und eine andere Tür, schau mal, diese Tür ist rot, von, na? Und unsere Tür ist so weiß, darum, wir haben sie gefragt und sie hat gesagt einfach, dass drinnen in dieser Terrasse, drinnen in dieser Terrasse gibt es einen Park für Kinder, Aber, ähm, aber nicht Park, dann Spielzeug, einfach Spielzeugzimmer, und ich, ich weiß nicht, was wer redet, ich, ich glaube nicht, dass drinnen gibt es ein Spielzeugzimmer. Und, ja, aber, ja, ich will nur euch so sagen, weil, ähm, weil ihr sind meine Freundin, Freundinnen und Freunde und ich euch auch Freunde und Freundinnen, darum will ich euch alles erzählen und sagen und blablabla, und blablabla. Schau mal, da hinten ist unser Auto, das ist das grüne Auto, ähm, aber ist egal, ist egal, heute habe ich euch vergessen, dass ich, äh, heute habe ich vergessen, etwas zu sagen. Daumen rum, die Glocke, und abonniert unseren Kanal, und ich habe, ich habe, ich habe, ich habe vergessen, auch heute was zu sagen, ich habe, ich habe vergessen, zu sagen, dass wir heute Deutsch sprechen, aber ist egal. Und, wie ich schau mal, und wie ich schau mal, und wie ich schau mal, und wie ich schaue, habe ich nichts zu sagen, als das, was sie jetzt haben, habe ich euch gesagt, schau mal, ich mache jetzt das kaputt. Ich kann auch das da mal rein geben, und wartet, äh, ich mache jetzt das kaputt, es wird kaputt sein, darum will ich das nicht kaputt machen. So, und das ist mein Bruder, und wie ich zeige, oder wie ich einfach euch zeige, unsere, so schöne, so, ich sage jetzt Terrasse, weil, ähm, weil das ist so eine Terrasse, das, das ist unbedingt groß, aber es ist nur eine Fenster. Schau mal, schau mal, diese große Fenster, so, warte jetzt, okay, diese große Fenster, und ja, ich will noch etwas sagen, ich habe das vergessen, das ist einfach ein Fenster, und bla bla bla, und bla bla, und bla bla, und bla bla, und bla bla, so, wie ihr seht, schau mal, da unten, da unten, da unten, alles ist da, äh, so grün, und da oben, ist das immer so weiß, weil, äh, wartet, weil der Terrasse, das ist ein Terrasse, das ist auch ein Terrasse, es wird auch, äh, selbstverständlich auch, ähm, weiß, weiß, eingemalt, aber leider ist es grün, aber, ich zeige euch hier etwas, weil, da, das ist, dieses Fenster ist jetzt grün, oder, und das auch, aber, da vorne, wartet, und da ist es weiß, ich weiß nicht, warum, aber, ich glaube, da schaut mal, wie viel es dicker, da ist es dick, ich glaube, ich kann es messen, mit einem Finger kann ich es messen, ah, nein, warte, 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 w Warte, da auch, aber da geht es nicht. Egal, ist egal. Der kleine Finger. Eins, zwei, drei, vier und da fünf. Halb fünf, weil da, das kleine Finger, ist ein Abstand. Oder rechnet, wenn ihr das da, wenn ihr das in Meter oder Kilometer oder Zentimeter oder was noch, rechnet, willst du dann, schreibt uns in den Kommentaren, was ihr rechnet oder bla 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 bla. Und jetzt machen wir es zu, weil draußen regnet. Weil draußen ist es ganz kalt und ich werde dann krank sein. Darum ist es so, einfach. Und jetzt gehe ich mich duschen für morgen, für den Test. Alle Kinder haben den Test bekommen, nicht nur ich. Aber morgen habe meine Freundin, die Freundin und ich, haben morgen einen Test. Und das sollen wir auch mit diesem Plakat machen, diese großen Plakat. Und ja, jetzt gehe ich einfach duschen, jetzt nicht mehr reden. Daumen nach oben, abonnieren, die Glocke und tschüss, wiedersehen. Bis bald, bis morgen, wie es heißt. Tschüss, danke für dieses Video. Tschau, ein. Tschau, ganz wichtig. Dust hábاص, da, schau, 3pt.